Wir brauchen, wie es aussieht... Die putzeln in den Grill, okay. Wie kann ich das ändern? Okay, kann ich wieder nicht sträumen? Ah, okay, wir brauchen das Drosselglied, damit wir Wasser bekommen. Ich brauche keine Hilfsmittel, um ein Darts zu schummeln. Ich will... Achso. Dafür aber umso mehr vom Alten. Ach, der alte Lonzerich. Ich werde ihn vermissen. Ob ich auf Elysium auch alles anschreiben lassen kann? Wie mache ich das denn jetzt? Ja, es ist für die Optik, ich weiß. Ich will die Darts-Suppel wieder haben. Der war ein Dart-File. Geht aber nicht. Das heißt, ich brauche einen anderen Dart-File, wie es aussieht. Kann ich das irgendwie auf den Grill stellen? Ja, dann gehe ich kurz weg. Dann gehe ich wieder hin. Hab Wasser. Schön. Dann auf die Folienkartoffel. Als ob das funktioniert hat. Super. Können wir jetzt die Folienkartoffel nehmen? Ich könnte mich den ganzen Tag an Kartoffeln satt sehen. Könnte. Konjunktiv. Okay, die kann ich jetzt... Erstmal anklicken, genau. Wodurch ich jetzt Alufolie und eine Kartoffel habe. Kartoffel kann ich reinpacken. Jetzt habe ich zwei Kartoffel-Hälften. Okay, was kann ich mit zwei Kartoffel-Hälften machen? Ähm. Dazu fehlt mir gerade... Leider hat er schon... Hat er schon ein Bart? Früher habe ich immer Kartoffel-Astronauten gebastelt. Ich glaube, ich hätte es noch drauf. Sagte ich Kartoffel-Astronauten? Ich meinte Ohrenschützer. Okay, Moment. Jetzt kann ich ihm die Ohren... Also dem... Sohn, die Ohrenschützer geben. Damit die Band gleich spielen kann. Sind das etwa Ohrenschützer? Ja. Wow. Danke. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr mir das gedudelte Band da drüben auf den Sack geht. Doch. Kommt schon. Spielt Rudis Zahn auf Ruh. Ihr habt es gehört, Jungs. Unser Publikum verlangt nach Rudi. Yeah. A two. A one, two, three. And the number after three. Sehr geil. Ja. Das klingt eigentlich ganz cool. Willst du den Beat? Ach bitte. Leih mir die Elefantenbüchse. Ich sagte, die verleihe ich nur... Aber das hört es aber da wie. Okay, jetzt haben wir eine Flaschenbürste. Wofür auch immer die gut ist. Können wir damit vielleicht Tonig hier rausholen? Entweder fehlt hier der Zapfhahn oder es wird vor Eskimos mit tropfendem Füller gewarnt. In beiden Fällen sollte ich vorerst die Finger davonlassen. Ah. Dafür und... Okay, Moment. Moment. Was können wir denn mit einer Flaschenbürste machen? In meinem Zimmer habe ich tatsächlich Flaschen, die bereits Haare wachsen. Hm. Ich verstehe zwar nicht, warum Leute einen Strohhalm benutzen, aber wie man ihn benutzt, ist mir schon einigermaßen geläufig. Ach so. Okay. Ähm. Ich brauche den Honig, glaube ich. Echt? Kann ich den vielleicht... Hm. Nee. Okay. Okay. Was kann ich mit dieser Flaschenbürste machen? Lonzo. Ganz Lonzo vielleicht. Brauchst du eine Flaschenbürste? Was ist eine Flaschenbürste? So kenne ich meinen Lonzo. Okay. Ich brauche keine... Hm. Brauchst du Schrott? Zum tausendsten Mal. Du kannst deine Zeche nicht mit irgendwelchem Schrott bezahlen. Hä? Schade. Schade. Ich lasse doch anschreiben. Äh. 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 Alles klar. Alles klar, Rufus. Düm, 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 düm. Was soll das sein? Ein Teil eines Hochpräzisionsblasrohrs vielleicht? Ha. In deinen Träumen. Naja. Die sind in letzter Zeit ziemlich präzise. Hm. Okay. Was mache ich denn damit? Ähm. Ist eine gute Frage eigentlich. Kann ich hier vielleicht irgendwas machen? Ich habe jetzt Alufolie. Eigentlich könnte ich die Zeit zurückdrehen lassen. Aber dann müsste ich alles nochmal machen. Düm, 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 düm. Das bringt mir eigentlich auch nichts, oder? Wollt ihr da vielleicht so? Hier ist besetzt. In solche Fächer passen Strom um. Verstärkungsglieder. Guck mal. Alufolie. Willst du dir noch ein bisschen für später einpacken? Nein, danke. Wo das herkommt, ist noch viel mehr. Mann, aber. Das muss ich nicht für später einpacken. Jetzt oder nie. Das ist mein Motto. Ich habe hier noch Alufolie. Ah, ich muss da noch Stroh reinfüllen. Genau. Dazu fehlt mir gerade voll. Leider. Leider hat er schon ein Bad. Stroh brauche ich noch. Okay. Ich war... Ja, 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 ja. Ich weiß nicht, wie ich jetzt noch hier... Ich hätte gern dieses... Was war das nochmal? Ich würde gern zu Gizmo kommen können. Das wäre echt... Mannesdeilische Sache. Rattenjunge. Dem armen Rattenjungen blieben all die tollen Dinge versagt, mit denen die anderen Kinder spielten. Das stimmt doch gar nicht. Er besaß nichts als die Lumpen, in die er gehüllt war. Das ist ein Mantellet aus Disropa. Und der hält nicht. Wir brauchen... Honig. Verdammt. Das bringt so nichts. Vielleicht nochmal. Die letzten Bienen des Südquadranten. Seit 20 Jahren auf einem Grill. Donnerstags fest in ihrer Umgebung. Wenn das so weitergeht, stirbt die Menschheit noch vor den Bienen aus. Ja. Okay, Moment. Ich drück mal kurz, nur um Wege anzeigen zu lassen. Okay. Wir haben keinen weiteren Weg. Hier. Wir können leider nicht nach rechts. Manu. Hier haben wir auch keinen Weg. Hier haben wir auch keinen Weg. Aber wir können ja auch nicht nochmal Daten. Ich will Daten. Das Drosselglied. Der Spielverderber unter den paramechanischen Bauteilen. Ja. Echt so. Hem. Hem. Hem, 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 hem. Hm, 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 hm. Hier haben wir nichts mehr, was wir machen können. Können wir irgendwas noch mit Lottie machen? Das ist so... Irgendwie noch... Irgendwie noch... Das heißt jetzt... Das heißt jetzt Lottie? Weiß ich nicht. Helfiere ausburgen. Lass mich nochmal... Ah. Sie ist noch nicht wertlich mit dem Rasieren. Ja, klar. Kann sie sich irgendwo mit besser rasieren? Kannst du den Bart vielleicht wieder haben? Was zum... Hast du etwa meinen Bart mitgenommen? Das ist ein Bart. Ich dachte, ich entsorge einen toten Tribbel, bevor die Gesundheitsprüfer wieder Lonzos Kneipe dicht machen. Hm. Willst du Schrott? Nee, Schrott will sie nicht. Hatte ich ja schon ausprobiert. Was kann ich denn mit einem Schraubenschlüssel machen? Hm. In beiden... Okay, wir brauchen dafür irgendwie... Weiß ich nicht. Glas vielleicht? Entweder fehlt hier der Zapfhahn. In beiden Fällen sollte ich vorerst die Finger davon lassen. Wir brauchen einen Zapfhahn. Ein Zapfhahn, ein Zapfhahn. Woher bekommen wir einen Zapfhahn? Haben wir hier noch was? Außer die Sachen, die ich schon angeklickt habe. Nein. Hier ebenfalls nicht. Hier haben wir noch das Seil. Aber das Seil bringt uns halt auch nichts. Hier haben wir auch nichts mehr. McChronicle. Vielleicht eher noch irgendwas. Hast du kurz Zeit? Die Frage ist falsch gestellt. Ich betrachte das als Ja. Man sieht sich früher oder später. Beides nicht ausgeschlossen. Früher oder später. Jut, äh, was haben wir denn hier? Wir haben ja Knickerfolie. Was kann man denn aus Knickerfolie machen, oder? Man hat halt einen Strohhalm. Soll ich den Strohhalm mal zu ihm hier hingeben? Hmm. Dum, 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 dum. Was soll das sein? Ein Teil eines Hochpräzisionsblasrohrs vielleicht? Lass das mal den Profi beurteilen. Das ist ein ziemlich miserables Blasrohr. Aber für einen begabten Großwildjäger würde es vielleicht ausreichen. Leider bist du keiner. Haaaaaaah. Dö, dö, dün. Mann, Rattenjunge, nimm den Bart. Du sollst also einen Rattenmann da? Eigentlich nicht. Da habe ich genau das Richtige für dich. Was, was machen sie denn da? Der hält doch so gar nicht. Äh, stimmt. Der Plan braucht noch ein wenig Feinschliff. Ich bin sofort zurück. Und wehe, du verkriechst dich in der Kanalisation. Der muss halt irgendwie halten können. Ich weiß nicht. Dazu fehlt mir gerade voll ein... Nein. Hier fällt kein Hammerspruch ein. Dazu fehlt mir leider. Auch nicht. Hm. Dazu fehlt mir leider. Oh, Mensch. Dazu fehlt mir geleib. Stimmt, da sind noch Krümel im Bart. Nein, doch noch... Ja, geil, Alter. Hey, Wenzel. Hey, Wenzel. Lust auf ein... Alter, ey. Na dann. Hast du eine... Ach, ja. Mann, ja, ich... Ich will doch ein Gegner haben. Hier sind nur Krümel im Bart. Oh, Mann, ey. Oh, Mann. Das ist aber geil. Können wir Lottie irgendwas geben? Wie willst du einen Strohhalm? Oder so. Wie wär's mit noch nem Drink? Ich passe. Mich kriegen da heute keine 10 Pferde mehr rein? Das kann ich verstehen. Wieso? Hast du auch nichts Passendes anzuziehen? Nein. Hab ich nicht. Nein. Flaschenreinigung ist Männersache. Männersache. Was soll der Schrott? Dann bist du nicht... Willst du ein Glas? Erst mit noch nem Drink. Ich... Mich krieg... Das kann ich verstehen. Wieso? Mh. Mh. Hey, Rufus. Hey, Lonzo. Was gibt's Neues? Nichts. Oh, danke. Ich will... Starten. Oder krieg ich das vielleicht erst dann? wieder... Wenn ich... Ähm... Die Zeit einmal zurückgedreht hab. Ich weiß halt nicht, ob ich mein Inventar behalte, weißt du? Es wär halt mal gut zu wissen, ob ich das behalte oder nicht. Ich kann ja mal... Was war denn... Oh Mann, es gibt irgendwie eine Taste für Quick Save. Ich glaub, das ist F9 oder so. Nein, das ist... Das ist Sprache. Entstellungen... F9 ist Quick Save und F10 ist Quick Save Laden. Okay. Machen wir mal... ...nen Quick Save. Dann switchen wir das mal kurz. Wollen wir da mal die Zeit zurückbilden? Ja. Egal. So. Gucken wir mal. Behalte ich ein paar... Meine Gegenstände, die ich im Inventar habe. Du bist ein Prophet. Ja, ist klar. Sag mir schon. Ja, näher. Elefant. Alles klar. Das hatten wir ja schon alles. Nein, wir behalten unseren... ...unser Inventar nicht. Okay. Ähm. Können wir... Was ist, wenn wir nochmal Eis holen? Bringt das vielleicht was, wenn wir noch mehr Eis holen? Chillbot. Können wir hier vielleicht... Hier haben wir auch nichts mehr, ne? Ne, wir haben hier noch die Klappe. Hm. Geil. Das war echt nötig. Hier fehlt wohl ein paar... Ja gut, okay. Glas mit Eis. Ich weiß ja nicht, was wir damit machen könnten. Du vielleicht. Vielleicht solltest du zwischendurch mal Wasser trinken. In meinem letzten Drink war ein Eiswürfel. Reicht das nicht? Doch, ich glaube, das zählt. Okay. Dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö. Was soll das sein? Ein Teil. Ha. Na ja. Ja, na klar. Na ja, auf jeden Fall Teile. Das, ne? Ähm... Können wir vielleicht... Können wir vielleicht... Irgendwie... Willst du... Eis. Wie wär's mit noch nem Drink? Äh, nicht. Das kann ich. Wieso? Okay. Tja, was soll ich sagen? Meine Sachen sind einfach zu cool, um Eis zu schmelzen. Hi-hi-hi-hi-hi. Dün-dün-dö-dün. Ich brauch keine Hilfs... Kann ich das kurz ausleihen? Saftpressen kurz oder Urne mit Asche meiner Großmutter kurz? Wieso? Das hab ich doch beides noch nicht zurückgegeben. Oder doch? Ja, aber die Saftpresse hast du erst zwei Jahre. Wer sagt denn, dass ich die noch hab? Hm. Okay, ähm, toll. Das ist eine Flächenbürste. Was bringt das mit... Rein vielleicht? Ja, Kartoffeln zu halbieren. Honigspender, ja. Mann. Dünn. 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 Das erinnert mich an meinen Crashkurs. Grillen für Grenzgänger. Zu schade, dass er gecrasht ist. Alufolie vielleicht drauf nehmen? Das erinnert mich an meinen Zuschaden. Nein. Ja, wir... Okay, ich guck noch mal. Das ist ja das... Ja, das ist das Fallobst. Foulobstspiel. Ich weiß halt auch nicht, was wir mit dieser Schublade machen könnten. Ob wir irgendwie... Nicht hingucken, sie hält mich sonst nur wieder tagelang von der Arbeit ab. Bisschen fettig, aber sonst noch ganz brauchbar. Ja. Okay, gut. Leute, ich glaube, wir beenden hier erst bei dem Bart. Oh, die Aufnahme-Session. Herrlich, fünf Barts. Reicht erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall, mir gefällt das Spiel schon jetzt ganz gut. Wir sehen uns bei... Moment, was ist eigentlich, wenn ich... Na dann, lass uns spielen. Hast du einen? Ach ja, da war... Dazu fehlt mir gerade leider. Hey, da hat der schon ein Bart. Ja, okay, gut. Wir machen echt eine Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut da rein. Na.